Herr Saeed, sehr grüß, da folgt der Lechtenbrech. Ich lese nur kurz intonieren mit Heuschnuppen-Stimme, aber damit Sie ja da einen Druck bekommen, achten Sie mal darauf, was jetzt so parallelisiert wird in diesem Text. Ich mag Sonne, die nicht wärmt, ohne, wo's nicht wärmt, Runde, die noch wärmt, schöne, hohe Welt. Ich mag Whisky ohne Eis, Höln, der so viel weiß, Essen scharf gewürzt und nichts überstürzt. Ich mag Kato, Songs und Rock, Skate, Funch und Rock, lang spazieren gehen, Winde, die stark wehen, all das mag ich. Und ganz doll, ich. Wir machen noch ein Zweifel. Ich mag Halter und Sängspiel, Kinder mit Gefühl, Freunde mit Verstand, Bockwurst aus der Hand. Ich mag Mozart, Malabar, Skilaug, Wille und Schach, Pokern, Echtelang, Trennung oder Zank. Ich mag Zärtlichkeit und Lust, Traum, Selbstbewusst, Lachen überm Scherz, Obis mit viel Herz, All das mag ich und ganz doll dich.